Vor ein paar Tagen hat Blizzard diesen Post hier rausgehauen, in Entwicklung Wächter des Traums, das ist Patch 10.2 und in diesem Video geht es aber darum, dass ich das Ganze hier durchgehe und dann so ein bisschen meine Meinung dazu sage. Wenn Wächter des Traums erscheint, werden Champions damit beauftragt, eine neue Zone, den Smaragdgrünen Traum zu beschützen, an neuen öffentlichen Ereignissen der Superblüte und der Smaragdfülle teilzunehmen. Bei den Traumwächtern Ruhm für einzigartige Belohnungen zusammen und in einem neuen Schlachtzug, Amir Trasil, Hoffnung des Traums, den neuen Weltenbaum vor Führerstruppen zu retten. Ja, das ist grob zusammengefasst auch schon in der Patch 10.2, was an Content reinkommen wird. Hier sehen wir es auch, neue Zone, Smaragdgrüner Traum, neuer Raid, Amir Trasil, neue legendäre Waffe, die nur für Stärke Benutzer wohl ist, also Krieger, Todesritter und Co. Neue Klasse-Sets ist klar, für jede Klasse neue T-Sets. Dann diese neuen öffentlichen Events, das ist die Superblüte, Smaragdfülle und noch irgendwas mit Smaragdraserei. Kommen wir gleich nochmal konkret dazu. Dann die neue Ruf-Fraktion ist auch klar, ne, Dreamwardens, Traumwächter oder so. Dann neue PvP-Season und Mütz-Plus-Season. Dann gibt es neue Optionen für Blutelfen, dass man sich da ein bisschen mehr was einstellen kann. Finde ich jetzt persönlich nicht so berauschend, also ist mir relativ egal. Dann Drachenreiten-Updates, das ist ganz nice. Neue Rennen, Mounds und auch wieder neue Customizations, Klassiker. Und Klassentalente und vor allem Updates für Schurken- und Dämonenjäger. Alles klar, geht's weiter. Was schreibt hier Blizzard noch so? Schließt euch uns an, während wir uns über das kommende Inhalts-Update für Dray und vielleicht welcher Traums unterhalten. Assistant, Lead-Encounter-Designer, Taylor Sander, Senior-Narrative-Designer, Anne Stigney und Moderatorin Bethany Stout nehmen uns mit auf eine Reise durch die neue Zone in den Spark grünenden Traum. Den nächsten Schlagzug am Yertrasil. Hoffnung des Traums, neue öffentliche Ereignisse, Updates für das Tragenreiten und vieles mehr. Ja, die haben dazu auch ein offizielles Video rausgehauen. Würde ich euch empfehlen, das alles zu gucken, falls ihr es noch nicht getan habt. Aber hier muss ich sagen, diese beiden habe ich zuvor noch nie gesehen. Und für mich persönlich kommt es so ein bisschen rüber, dass es quasi, sagen wir mal so, eher Leute sind, die vielleicht gerade neu bei Blizzard sind. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Und halt jetzt hier mal ihren großen Auftritt bekommen. Aber für mich kommt es halt so rüber, dass die großen Jungs, die arbeiten schon an der nächsten Erweiterung. Und da haben sie die hier abgestellt. Die müssen das machen, weil der große Shit, die nächste Erweiterung, ist natürlich viel wichtiger. Und deswegen ist der ganze Fokus von den krassen Leuten wie Morgan Day oder Ian Hasekostas und 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 ist da wohl schon auf die nächste Erweiterung. Und die haben keine Zeit dafür gefühlt. So kommt es für mich rüber, aber muss ja nicht so sein. Ist halt nur meine Meinung. Gut, weiter geht's hier im Post. Neue Zone im Freien, der smaragdgrüne Traum. Die neue Zone, das ist der Name, alte Zone 10.1, Saralekhöhle, ist Geschichte. Der neue heiße Scheiß wird sein, der smaragdgrüne Traum. Ein besonderer Samen, der von Tyrande gepflanzt wurde, ist zu einem neuen Weltenbaum herangewachsen und steht kurz davor, nach Azeroth überzutreten. Für Rack und seine Truppen, darunter aus seiner neuen Verbündeten, die Troiden der Flammen aus Firelands quasi reworked, beziehungsweise wieder benutzt. Die guten allen Troiden der Flammen, die kennen wir schon aus Firelands, Kataklysm-Zeiten. Also auch hier nicht so viel Mühe gegeben gefühlt. Einfach irgendwelche Troiden der Flammen aus alten Zeit wieder zum Leben erweckt. Und dementsprechend hier benutzt für 10.2-Story. Machen sie sich auf zu den Wurzeln des Weltenbaumes. Dabei setzen sie die Bewohner des Traums in Brand, während sie versuchen, sich einen Weg in den smaragdgrünen Traum zu bahnen. Sie wollen das Herz des Weltenbaums mit Feuer erfüllen, um es auf diese Weise in ein Medium zu verwandeln, das in ganz Azeroth ewige Flammen verbreitet. Ja, relativ simpel, die Story hier auch gehalten, da ist es jetzt nicht irgendwie mega krass, irgendwie der krasse Twist. Oh ja, aber das ist die richtige Story. Nein, das ist wirklich so billig. Das ist die Story, der Weltenbaum, der von Tyranne gepflanzt wurde, ist ja auch ganz nice, das ist ja wirklich passiert. Wurde halt gepflanzt und der wird jetzt aber hier angegriffen von Fürak und den Troiden der Flammen. Und die wollen den halt quasi übernehmen und mit Feuer erfüllen und dass der die ewigen Flammen in Azeroth verbreitet. Aber, äh, surprise, surprise, es wird nicht passieren, denn die Champions von Azeroth kommen, äh, zur Rettung mal wieder und, äh, all das ist dann nach Patch 10.2 irrelevant, weil wir werden es eh alles retten und dann ist gut, Klassiker. Also wirklich keine gute Story, wie ich persönlich finde. Bei der neuen Fraktion den Traumwächtern gibt es jede Menge Ruhm zu verdienen. Helfbewohnern des Traums, bei denen es sich um Wächter, Triaden, Druiden, den grünen Drachenschwarm und Runenbären handelt, Ruhm und Belohnungen zu verdienen. Ja, das ist doch schön. Und dann gibt es wieder Mauns, Haustiere, Transmog, Erfolge und Co. Beziehungsweise, wie es hier genannt wird, Ruhm und Belohnungen werden dadurch dann verdient. Also auch die neue Ruffaktion, nix Neues, würde ich behaupten. In der Zaraleckhöhle hatten wir zumindest noch das Schnüffelsuchen. Da muss ich sagen, eine neue Special Feature habe ich bis jetzt noch nicht gesehen in der neuen 10.2-Zone, Smartrunner Traum. Wie gesagt, Zaraleckhöhle hatte Schnüffelsuchen, aber hier haben wir anscheinend noch eine neue Fraktion, Ruffaktion und das war's. Aber die kriegt man eh eigentlich jede, jede neue Season oder jeden neuen großen Patch. Also wirklich nix krass Neues hier mit dabei, bis hierhin zumindest. Dann geht's weiter mit dem neuen Raid, neuer Schlachtzug, Amir Thrasil, Hoffnung des Traums. Führag ist im Smartrun Traum angekommen und fest entschlossen, mit Hilfe der Zarali Jaradin und den zurückgekehrten Druiden der Flamme seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Also sorry, aber wenn ich das immer lese, hier diese finsteren Pläne oder boshafte Mächte. Das ist immer so allgemein gefasst umschrieben, sodass es einfach so mäßig krass klingt. Aber es ist halt einfach, also sorry, es ist einfach nicht krass. Und es ist einfach nur lame und irgendwie, ich weiß nicht, billig gemacht die Story. Schade, dass es mittlerweile so billig geworden ist in WoW. Aber so, solche Dinge liest man gefühlt jeden Patch. Sollte er den Weltenbaum Amir Thrasil für sich beanspruchen, wird in Azeroth ein Zeitalter von Feuer und Chaos anbrechen. Auch das ist ein netter Nebensatz, um ein bisschen hier Hype zu erzeugen. Aber es wird halt nicht passieren, weil Führag wird sterben von uns, getötet. Champions von Azeroth, vielleicht passiert ja noch irgendwas im Cinematic dann. Mit Vyranoth oder so, dass sie sich opfert, das kann natürlich sein. Aber letztendlich wird es nicht passieren, dass Azeroth in ein Zeitalter von Feuer und Chaos gehen wird. Das wird never ever passieren. Ja, dann haben wir hier das schöne Bild im Smarkgrünen Traum. In der Nähe des wachsenden Weltenbaums Amir Thrasil liegt ein uralter Tempel, der vom grünen Tragenschwarm errichtet wurde. Dort ist die Energie des Smarkgrünen Traums eine mächtige und reichlich vorhandene Ressource. Auch wieder so Klassiker-Wörter hier. Mächtige. Und finsterer Pläne und Feuer und Chaos. Und einfach geil. Krass wird das alles. Hier steht auch nochmal, Fyrrack brennt sich durch den Smarkgrünen Traum fest entschlossen, dessen Macht an sich zu reißen, um seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Oh shit, dude. Der gute Fyrrack, der fliegt da rum durch den Smarkgrünen Traum und speit ein bisschen Feuer und das ist der krasse Endgegner in 10.2. Dieser Schlachtzug enthält neun Bosse, darunter auch eine Begegnung beim Drachenreiten. Das ist ganz cool, dass es einen Drachenreiten-Boss geben wird mit dem Drachenreiten-System. Für manche nicht so cool, weil es zu schwer ist, für andere aber cool und ich muss auch sagen, das finde ich cool. War aber glaube ich auch von Anfang an angekündigt, haben die glaube ich mal auch zum Pre-Launch von Dragonflight so ein bisschen Hinweise drauf gegeben, dass da so ein Boss mit Drachenreiten kommen wird. Und jetzt in 10.2 wird es soweit sein und münde dann in einem ultimativen Showdown mit Fyrrack an der Spitze von Amir Trasil der Hoffnung des Traums. Bereitet euch darauf vor, euch in eure Sättel zu schwingen, gemeinsam mit euren Mitstreitern in die Luft zu steigen und euch Fyrrack von Angesicht zu Angesicht zu stellen. Nice, nice, nice. Und so sieht das wohl aus. Das ist wohl schon so ein Bossraum oder wenn nicht sogar der Bossraum von Fyrrack. Und da hinten sind so Blumen, setzt seinem Chaos ein Ende und verdient für eure Mühen großartige Belohnungen, darunter neue Klassensets und eine neue legendäre Waffe für Alav der Traumreiser oder für Alav der Traumreiser. Wie gesagt, diese Waffe ist nur für Stärketräger, wie ich das mitbekommen habe, also Paladine, Krieger und Todesritter primär, hauptsächlich würde ich behaupten. Als nächstes haben wir dann hier diese neue öffentlichen Ereignisse und zwar Superblüte, Smaragdraserei und Smaragdfülle. Das müsst ihr euch so vorstellen wie die große Jagd, die Belagerung der Traumflugfestung, das gemeinschaftliche Festmahl oder letztendlich in der Zaraleckhöhle, Forscher unter Feuer. Aber die Neuerung ist hier, in 10.2 im Zweifelraum ist, dass diese Ereignisse alle ineinander übergehen, hintereinander quasi gespielt werden müssen, im Zweifel auch. Und ein neuer Zyklus öffentlicher Ereignisse, die ineinander übergehen, beginnt mit der Superblüte. Also es beginnt immer mit der Superblüte und im Anschluss dann die Smaragdraserei und dann die Smaragdfülle. Smaragdfülle. Also das ist so ein bisschen eine Neuerung, kann man so nennen, weil wir bisher noch nicht solche Ereignisse hatten. Also quasi drei Ereignisse hintereinander, die immer in der gleichen Reihenfolge kommen. Und ja, das ist halt neu, kann man sozusagen sagen. Und folgt einem Urtum, während es die Blüte verbreitet und helft ihm dabei, seinen Zweck zu erfüllen, indem ihr Gegner abwehrt und bei verschiedenen anderen Aufgaben helft. Das ist Nummer 1, dann löst die Smaragdraserei aus, bei der ein Schössling oder Schössling erscheint. Champions werden dabei ermutigt, Gegenstände einzusammeln, um dabei zu helfen, die Smaragdfülle einzuleiten. Also das ist dann das Letzte. Hier stellen Champions ihren grünen Daumen unter Beweis, indem sie einem Samen beim Wachsen helfen. Ihre Mühen werden entlohnt, sobald der Samen erblüht. Also das ist ganz cool, I guess. Muss man mal gucken, wie lange diese drei Events dann hintereinander gehen. Also ich verstehe das so, dass die halt hintereinander direkt dann kommen. Erst immer Superblüte, dann Zweckdraserei und zu, da letzt immer die Smaragdfülle. Und ja, mal gucken, ob man da gezwungen ist, diese Events immer spielen zu müssen. Könnte auch kacke werden, aber ich denke, es wird ganz nice. Und das ist halt so die einzige Neuerung, die ich hier sehe in der neuen Zone, dass halt diese drei Events quasi ineinander übergehen und hintereinander so gereiht sind. Dann haben wir selbstverständlich die Season 3 von Dragonflight. Wächter des Traums heißt der Patch 10.2. Läutete außerdem Season 3 von Dragonflight ein, die der Rotation von Mythisch Plus 8 Dungeons hinzufügt. Darunter Dragonflight Dungeons und weitere Dungeons aus vorangegangenen Erweiterungen. Einige, die noch nie zuvor auf Mythisch Plus zu sehen waren, unter anderem. Da muss ich sagen, nice Blizzard, das stimmt auch. Dämmerung des ewigen Galakrons Sturz, Dämmerung des ewigen Murozons Erhebung und der immergrüne Flor sowie Thron der Gezeiten. Diese vier Dungeons waren noch nie auf Mythisch Plus spielbar. Das ist also absolut korrekt hier. Also Blizzard hat hier vier Dungeons reingepackt in die dritte Season von Dragonflight, die man noch nie auf Mythisch Plus gespielt hat. Und vier Dungeons reingepackt, die man schon auf Mythisch Plus gespielt hat. Dazu zählen noch Kronsteig-Anwesen aus BFA. Kennen wir bereits in Mythisch Plus. Atal Daza ebenfalls aus BFA. Finsterer Stickicht aus Legion. Und Rabenwehr aus Legion hat man auch schon damals auf M Plus gespielt. Vorausgesetzt man hat da halt gespielt. Es gibt auch Leute, die damals zu BFA oder Legion noch nicht gespielt haben. Also da kann ich nicht so ganze Kritik nachvollziehen. Ich habe gelesen, im deutschen Forum beschweren sich die Leute da teilweise, dass es doch alles aufgewärmte Dungeons sind. Aber wenn man sich mal genau anguckt, sind vier Dungeons, die noch nie in M Plus spielbar waren. Und vier waren halt spielbar, aber es gibt halt auch viele neue Spieler, würde ich überhaupt nicht, die aus Legion und BFA nicht kennen. Also von daher ist es eigentlich ganz okayisch, diese Season. Das Problem ist so ein bisschen vielleicht, die Dungeons sind wahrscheinlich sehr schwer. Also könnte eine schwere Season auf jeden Fall werden. Aber wird eh alles nach und nach genervt und dann wird es immer leichter, damit die Leute Erfolgserlebnisse nach und nach bekommen. Dann haben wir noch die neue PvP-Season. Beginnt mit neuen kosmetischen Belohnungen, Reittieren und Erfolgen. Nur so nebenbei hier erwähnt die neue PvP-Season. Eieieiei, ich denke eh also, gefühlt PvP ist fast schon tot in WoW. Allein schon, dass es hier so nur in einem kurzen Nebensatz erwähnt wird, ähm, ja, spricht schon eigentlich alles aus, was man so von PvP hält mittlerweile bei Blizzard gefühlt. Ähm, ja, so ist es. Aber trotzdem, neue PvP-Season gibt's trotzdem. Und dann haben wir noch mehr Drachenreiten. Das ist nice. Champions werden von Tag 1 an in der Lage sein, im Swaggrünen Traum in die Lüfte zu steigen und den Himmel zu erkunden. Auf der Suche nach drei neuen Boni und weiteren Klüvenanpassungen und Rennen, die es für euch und eure geschubbten Begleiter zu meistern gilt. Außerdem könnt ihr im weiteren Verlauf über Anpassungen ein neues Reiter erhalten, den Feentrachen. Das ist nice, dass man direkt von Anfang an im Swaggrünen Traum auch mit seinem Drachenreiten, Vieh oder Mount, wie auch immer, ähm, reiten kann. Also von Tag 1 an direkt fliegen, freigeschaltet. In der neuen Zone ist es sehr, sehr nice. Äh, da haben sie auf jeden Fall im Vergleich zu Shadowlands oder BFA gut dazugelernt. Da musstest du immer dann auf dem Boden rumreiten und erstmal den Pfadfinder freischalten. Das ist im Swaggrünen Traum nicht so. Und zu guter Letzt noch der neue Weltboss, Aorostor, der Winterschläfer. Weckt bloß keinen schlafenden Bären. Zu spät, ein neuer Weltboss, Aorostor, der Winterschläfer, wurde aus einem tiefen Schlaf gerissen. Champions müssen sich zusammenschließen und Seite an Seite kämpfen, um ihn wieder zum Schlafen zu bringen. Als Dank winkt eine Truhe voller Belohnungen. Das ist interessant. Also entscheidet, falls ihr den Weltboss dann tötet. Da gibt's wohl eine Truhe, wo der Loot drin ist und nicht die Leiche vom Bären selbst. Das klingt zumindest hier so, weil da steht eine Truhe voller Belohnungen. Mit der nächsten Entwicklungsphase von Dragonflight erwartet euch noch mehr. Schaut regelmäßig auf der offiziellen Seite von WoW vorbei, um unter Neuigkeiten weitere Details zu erfahren. Ja, overall muss ich sagen, wirklich nichts Besonderes. Also eigentlich alles so wie gehabt, wie man es erwartet hat. Das einzige, was relativ neu ist, ist diese neuen öffentlichen Ereignisse, die so hintereinander bzw. ineinander übergehen. Das ist nice. Aber sonst neuer Raid, neue Season, neue Rufaktionen. Kein Special Feature oder so wie noch bei der Zaraleckhöhle mit den Schnüffelsuchen. Aber vielleicht kommt da noch was, keine Ahnung. Aber wirklich eher so unterwältigend. Ich hätte mir da noch ein bisschen mehr gewünscht, so ein Special Feature zum Beispiel. Die sind anscheinend bei Blizzard hart beschäftigt mit der Entwicklung der nächsten WoW-Erweiterung. Und deswegen ist das so lieblos, so ein bisschen hingeklatscht gefühlt. Einfach nur den Standard-Shit reingemacht und reingebracht in 10.2 und dann ist gut. Und dann sind die Leute zufrieden, so nach dem Motto gefühlt. Aber ich mein, wenn's klappt, alles richtig gemacht, ne? Wunderbar. Alles klärchen, das soll es auch schon gewesen sein von dieser offiziellen Vorschau von Blizzard für Patch 10.2. Schreibt mir gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare. Was haltet ihr euch davon? Findet ihr das nice oder nicht? Actually das Special Feature, wenn man es so nennen kann oder will, dann ist es actually wahrscheinlich die neue legendäre Waffe. Aber diese legendäre Waffe kann halt leider nicht jeder tragen. Also nicht jede Klasse. Also deswegen ist es für mich kein Special Feature, weil es halt nicht jeden betrifft. Jetzt Schnüffel suchen in der Zarellekhöhle hat halt jeden betroffen oder kann jeder spielen. Und ja, soviel dazu. Egal, schreibt mir eure Meinung in den Zug 10.2 in die Kommentare. Findet ihr den Patch gut oder eher nicht so? Freut ihr euch drauf oder eher nicht so? Findet ihr das kacke? Oder ist es halt einfach so wie... Also ich sag halt so, es ist so wie immer nichts Besonderes, nichts Neues. Und ja, wenn es euch gefallen oder geholfen, mal trotzdem gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich da nicht... Bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao.